Hallo und herzlich willkommen bei BOLOTZ. Wir spielen einfach mal weiter. Letzte Folge haben wir mit Ork hier Dinge gemacht und das machen wir jetzt einfach weiter. 100 Mal in Tode. Guck mal was ist so passiert. Ich würde mal sagen, wir teleportieren uns einfach nochmal in der Arena und versuchen es nochmal. Frage ist ja auch... Wie viele... Eben, wie sind das jetzt? Keine Ahnung. Hallo. Ich bin ja voll eingeengt. Okay, nehmen wir die hier. Okay, automatisch Kahn ist auch gut. Okay, der ist auch glatt. Ey ja. Okay. 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 Ich bin ja voll. Ich bin ja voll. Ich bin ja voll. so frage es gibt es hier immer zum heilen oder brauchen wir echt vorher so ein dringend okay eben zwei ok das gut ach das ist nicht so gut Was denn? So. 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 Das ist gut. Was soll das? Was ist eingefroren? So. 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 was nie los no sette für okay warum kommen wir denn da überhaupt weiter jetzt ich muss gucken okay rocket okay hallo ich komme ja gar nicht da durch mehr aber sieht doch darum weil ich die maske überhaupt gar nicht mag irgendwie na dann probieren wir mal eine andere maske die weil die schon weiter weg ich mag diese fernkampf waffen was geht jetzt ja ein reing ein reing entdeckt labyrinth wird aktiviert besitze konfiziert fertig willkommen eindringen wenn du deine spitze zurück willst musst du in den moment einkommen dann die frage schauen sie Leute 0,02 he 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 ok ok was soll da 2 2 2 2 So das ist macht ja spaß hier warte mal das ist alles weg okay ich habe nur die hüte alles andere ist weg okay okay die mission darauf zwei stück aber du kannst ja gar nichts machen mir schon klar die müssen uns da irgendwie hin ja ja Hmm. Hmm. Ah, da ist noch so ein Tor. Da müssen wir noch. Okay. Ne, es ist nicht. Doch, ne. Wartenquack. Hmm, auf jeden Fall gibt es noch viel zu entdecken. Kann man auch wieder zurück eigentlich? Jo. Ich dachte das geht gar nicht mehr. Na gut. Gucken wir mal einfach was noch in der normalen Welt zu holen ist. Hier, wenn du aber wieder zurück willst, dann da hoch, ne. So. Hmm. Hier war noch was. Hmm. Wo sind die Handschuhe? Okay. Haben wir noch was? Ja, hier ist auch noch was. Okay. 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 Cash. Jawohl. So. 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 Rüstungsschienen. Jetzt müssen wir die haben, ne. wo. Hier ist noch ein Bosskampf. Aber wir brauchen ja die Herzchen. Müssen wir da nochmal gucken. Und da ist noch ein Herz. Und da ist noch ein Herz. Und da ist noch ein Herz. Na gut. Jetzt habe ich Cash vergessen. Aber jetzt ist sowieso weg. Hallo, Bienchen. Moment, wir lernen, um die klingelchen zu kommen. Wir lernen, aber wir lernen, wenn wir nicht nur Tommy einfachunder sch conscience und Wir lernen, dass wir nicht mehr da ruhen können. Und wir lernen ein wenig judged, was und es ist auch nicht mehr so richtig isnt. Jo. Okay. Ah. Diamant ist am Start. Oh. Okay. Nochmal ein paar. Jo, haben wir. Was ging hier ab? Keine Ahnung, was probieren? Ah, ein Händler. Ja. Die dritte Flasche. Ist gut. Haben wir jetzt alle Flaschen? Scheiße. So. Hm. Das können wir eigentlich nochmal versuchen. Herz da dazu holen. Und wie kriegt denn man das? Und wo? Oh. Oh, okay. Hm. Da. Hm. Die Dose von Balean ist wohl endlich aus dem Weg gegangen. Ja. Und jetzt? Hm. So. Jo. Okay. So geht's natürlich auch. Sehr schön. Hier wohl. Verwirrung. Das schön. Haben wir das auch. Herz. Dann haben wir das Herzchen. Da war noch eins. Da oben, ey. Da oben, ey. Scheint das voll einfach, ey. Aber wie das immer so ist. Hallo. Diamanten. Aber. Wie kommen wir denn jetzt dahin? So ja, schlecht. Hm. 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 Da fehlt noch ein Item. Dann schweige ich mich. Okay. Toll. So. Ich schweige ich mich manier... Das ist so weit. Gaunisch. Toll. Hmm. Bis zum nächsten Mal. Jawoll! Endlich! Das war gut. Muss jetzt doch irgendwie... Sollte das funktionieren. Dann haben wir das auch. Hier am Strand fehlt noch ein bisschen. Da. Probieren wir mal, was auch immer da abgeht. Sollte das. Sollte das. Sollte das. Sollte das. Ich habe ein paar Probleme mit dem Ton. Weiß ich aber nicht. Ah, da gehts. Ja. Okay. Okay. Diamant ist am Start. Ach, ich habe nur Cash. Cash ist aber auch okay. Kann man gebrauchen. Dafür müsste das jetzt hier abgeschlossen sein. Jawoll. Deco Nuss brauchen wir nicht. Ein Röber ist noch irgendwas. Ja. Ja. Ein paar Schüchen. Leune. 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 Wärme. Glamanten. Hm. Schuhe. Schuhe. Okay Ach man Okay haben wir jetzt alles schön haben wir noch einmal vergessen hier ich gucke gerade was haben wir denn jetzt aber ja wir müssen mal zu sonnen fähigen besser ist das dann noch mal zwei kann man das machen schloss 2 wohl gehen wir mal hier hin dann holen wir uns noch da da aber Oder was ist hier? Nee. Okay. Hmm. Okay. 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 Hello. Meine Güte. Karte. Okay. Jo. Okay. Jetzt ist es ein bisschen anders wieder. Okay. Okay. Das ist die Karte da. Das ist sehr gut. Okay. 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 So. So. Okay. 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 So. Okay. Hallo, was soll die Scheiße denn jetzt? Das geht mir schon ein bisschen auf Pupu, aber gut. Wenigstens ein paar Bomben, dann sollte man die auch einsetzen. So, von mir aus. Ja. So. So. Ach man. Mhm. Jo, Diamant. So. Herz. Jo, was ist das denn? Hä? Okay. Ah, warte mal. Da ist der Schlüssel. Die mache ich noch eben kaputt. Gab es gar nicht zum kaputt machen, okay. So. Schaden. Verteidigung. Ist noch ein Bosskampf. Jo. Hm. Noch ein Schlüssel. Okay. Verteidigungsring. Was mache ich denn? So. Jo. Jo. Schubst du mich runter? Jo. 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 Jo ... Jo. Und der Kompass. Kaputt, 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 noch ein Bosskampf, okay. So, hallo, so, das mach ich, ey, yo, 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 und das mit. Jo. Oh, juck. So. So. Jo. Was gibt's hier noch? Was? Nee. Ah. Ah. Okay. Dann werde ich wahrscheinlich selber Schott gewinnen sein, aber gut. Ich hoffe, der Kompass bleibt in unserer Hand. Oh, Schwert habe ich auch noch. Hurra. Pizza ey. Passt nicht los. Begleit kann man nicht los. Nein. зад薦. Ch tim wen wieder. Komm, jajas. Meine Güte ey. Catch ich gerne. So. Ja. So. Ach von der Seite ey. Jo. Boah. Ich denke das ist erstmal weg ey. So. 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 so oh okay I'm gonna try it wrong okay 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 ich möchte jetzt hin ich weiß nicht weg ich 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 und kacke ich 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 Weiß nix. Ach Leute. Schlüssel zum Start. Was haben wir denn, 100? Was haben wir denn, 100? Was gibt es hier? Okay. Okay. Oh, ich habe Krämpfe im Fuß. Was? Was geht denn jetzt ab? Hm. Was haben wir denn noch? Okay. Blitzpfeiler, Gefeiler. So. So. Ach so. Es geht weiter. Jo, da ist er. Der große Key. Sehr schön. Aber ich war noch nicht da hinten. Hm. Das zögert mich gerade ein bisschen. Hm. Hm. Oder geht das so mit Zelda? Mal da. Ausprobieren. Ausprobieren. Hm. 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 Toll, selbst getötet hier, oh schön, aber eigentlich müsste es doch gehen, naja. Ahhhhhhhhhh. kann es führen gegen gegner in einem abstand von zwei feldern zwei punkte schaden so machen ausfallschritt vorwärts zu einem schaden wenn sich der gegner trägt von dem befindet gegner in der nähe werden zurückgeworfen seit generationen besitz von königs familie von halber gewährt ist in zeit und der not eine königlichen erfahren heldenhaft kraft jetzt was so darum kann man auch irgendwie die wachen konnte man nicht aufhalten hat er hat er so werden wir sogar fast alle herzen das ist doch schön gut dann geht's beim nächsten mal gegen okta wo also bis zum nächsten mal holig die so